wieder ordentlich Wellen jetzt gerade hier auf dem Teilstück macht das Packweb nicht so einfach aber ich komme gut voran so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ab jetzt heißt es ein bisschen mit dem Akkuhaushalten, denn ich habe gerade festgestellt, ich habe den Packsack mit den Ersatzakkus vergessen. Aber das macht nichts. Davon kommt jetzt eh gleich der erste Vorort von Schaffhausen. Da ist landschaftlich eh nicht mehr schön. Von dem her ist das nicht ganz so schlimm. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich noch genug Akku für den Reinfall habe. Und sonst wird das wieder nichts mit Filmen. Und den will ich ja einmal richtig gefilmt haben. Ja, ich hoffe, dir hat die Tour gefallen. Ich sage schon mal Tschüss und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Hier sind schon die ersten Boote. Das heißt, ich bin kurz vor Schaffhausen und dann dürfte die Stelle, wo ich raus muss, auch nicht mehr lange dauern. Ich bin kurz vor Schaffhausen und dann dürfte die Zeit. Ich bin kurz vor Schaffhausen und dann dürfte die Zeit. Das Wasserrauschen wird jetzt immer raus. Das heißt, ich bin kurz vor dem Rheinfall, aber das letzte Stück von der Ausstiegsstelle bis hierher hat sich doch noch mal ganz schön gezogen, aber ich glaube, es wird sich lohnen. So, wir können jetzt das Schloss laufen und haben wunderschöner Blick auf den Rheinfall. So, wir können jetzt das Schloss laufen. So, wir können jetzt das Schloss laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020